Wandenberg Keramik. Wir kennen Wandenberg oder den Namen Wandenberg ja schon von diversen Tabakmarken. Barbos, X-Racher, Kismet, Odinson, Freestyle und so weiter und so weiter. Beziehungsweise ich glaube, das waren die fünf, aber ihr versteht schon, was ich meine. Der Michael Wandenberg, ein Hersteller, der für krasse Qualität steht, der für sehr nice Aromen steht, der für interessante Produkte steht, hat sich jetzt überlegt, warum eigentlich nur bei Tabak bleiben? Wir machen auch Köpfe und das hier, beziehungsweise diese drei Köpfe hier und noch zwei weitere Colorways sind das erste Geschöpf in der Reihe Wandenberg Keramik. Der Wandenberg V1, ein Kopf made in Germany, hochtemperaturgebrannt, steht auf der Website. Für 35 Euro kommen die ersten Limited Editions, beziehungsweise Special Editions. Die ersten kosten 35 Euro, die ersten fünf Farben kommen auch in dieser wunderschönen Holzbox. Drinnen ist so ein bisschen Holz, Stroh und noch ein Zertifikat für den Erwerb eines Made in Germany Produkts zu höchster Qualität. Ob das alles auch so stimmt und ob diese Qualität im Endeffekt auch für ein nice Raucherlebnis sorgt, das gucken wir uns heute an. Aber wie bei jedem Köpfchen als erstes Mal das Wichtigste. Wie baut man das Ding und wie habe ich denn jetzt überhaupt gebaut? So, dann kommen wir mal zum Kopfbau. Als erstes wiegen wir das Ding. 218 Gramm wiegt der Wandenberg V1. Danach schnappen wir uns unseren Tabak, rühren den ordentlich um, dass wir die Molasse verteilen und dann können wir auch schon mit dem Kopfbau starten. Wir schnappen uns locker fluffig den Tabak auf unsere Gabel oder ihr könnt das auch von der Dose in den Kopf schnicken. Ihr könnt auch nochmal anpassen, ein bisschen was raus, ein bisschen was rein. Ich fand es am Anfang schwierig, die perfekte Tabakmenge beim Wandenberg zu treffen. Spoiler, diesmal ist er relativ sparsam ausgefallen. Ich hatte da auch schon ein bisschen mehr drin. Beim Wandenberg finde ich es extrem wichtig, ein kleines bisschen Platz am Rand zu lassen und auch ihn nicht zu hoch zu bauen. Das heißt, über Randhöhe rauche ich ihn eigentlich nie, dann ist der Durchzug sehr, sehr schnell rip. Ich baue ihn schön kompakt und lege sozusagen eine Donutförmige Tabakmenge außenrum, rundherum. Gucke, dass das alles ein bisschen kompakt liegt, drücke das nochmal an. Also nicht fest, aber leicht antupfen, sage ich mal und dann passt das eigentlich ganz gut. Wir gehen nochmal mit dem Zeva über den Rand und dann sehen wir das finale Produkt. Da seht ihr ganz deutlich, ich habe wirklich nicht viel Tabak drin, ich habe wirklich nicht hoch gebaut und ihr seht auch, dass ich am Rand ordentlich was freigelassen habe. Da seht ihr es, das geht nicht über den Rand hinaus. Die oberste Tabakmenge ist gerade so auf Randhöhe. Dann wiegen wir das Ganze noch 234, 33 sind es gesamt und dann haben wir 15 Gramm Tabak drin. Ja, Kopfbau und Verbrauch habt ihr gesehen. Zu dem Kopfbau muss man auf jeden Fall noch ein paar Worte sagen. Ich habe ja eben schon was dazu gesagt, aber trotzdem, um das nochmal zu recappen. Der Kopfbau sieht ja erstmal ein bisschen komisch aus. Das sieht aus, als hätte ich da viel zu wenig Tabak drin und das ist nicht so hoch und gar nicht bis zum Rand und warum mache ich da so komische Faxen. Long story short, ich habe den Kopf gesehen, habe mir gedacht, ja okay, ein weiterer Kopf für 35 Euro muss das jetzt sein, ich weiß es nicht. Habe mir erstmal keinen geholt. Dann kam der Konsti im Studio vorbei und hat sich den Wandenberg V1 im Antik Gold Collarway geholt und meinte, hier Marv, teste den mal, ich will mal wissen, was du dazu sagst. Und ich rauche den so beim ersten Mal, habe den ganz normal randhoch gemacht, rauche das Ding und denke mir so, ja, Durchzug ist komplett ripp. Also die Smokebox sitzt da schon sehr, sehr gut drin, deswegen auch beim Kopfbau, um da wieder die Brücke zu schlagen, nicht so hoch bauen und am Rand ein bisschen freilassen, ansonsten ist der Durchzug echt ätzend. Deswegen bei mir kommt so ein bisschen die Donut-Technik zu tragen, ähnlich wie man zum Beispiel einen Mason Onyx bauen würde. Oder ihr könnt euch vorstellen, dass ihr den Kopf ein bisschen so baut wie eine Mummy Bowl oder ein ATH Traverten, ohne dass da eigentlich nochmal dieser extra randführende Smokebox ist. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den am Anfang nicht zu hoch zu bauen und nicht zu dense zu bauen. Ansonsten ist der Durchzug schon ziemlich scheiße. Das ist aber auch schon der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Kopf habe. Ab jetzt wird es ziemlich viel, oh mein Gott, ist der geil. Für 35 Euro kriegt ihr hier wirklich einen sehr, sehr nicen Kopf, der von der Tonart sehr stark an den Stonehooker erinnert und die Köpfe kosten 80 Euro aufwärts, also scheiße teuer. Von der Optik her, finde ich, hätte man die Dinger noch ein bisschen schöner machen können. Also die sehen jetzt nicht schlecht aus, bis auf den Spiegeloptik, den finde ich optisch jetzt wirklich nicht schön. Aber das ist wieder Geschmackssache. Da wird jeder selbst für sich herausfinden müssen, was er da schön findet und was er nicht schön findet. Der Gold Antique, dachte ich mir am Anfang so, naja, der sieht halt aus, als wäre der schon fünf Jahre geraucht worden. Finde ich aber jetzt mittlerweile eigentlich ganz geil. Das hat so ein bisschen Oldschool-Flavor, ja. Generell erwarte ich von Michael da eigentlich keinen pink glänzenden, neonfarbenen Kopf und so, sondern Produkte, die gescheit aussehen, aber nicht mit ihrer Optik krass überzeugen, aber dafür brutal funktionieren. Und das tut er. Die Hitzeeigenschaften von dem Ton sind sehr, sehr geil. Bluten tut bis jetzt keiner. Ich habe aber auch noch nicht unglaublich viele Köpfe drin geraucht. Also ich habe den schon sehr häufig geraucht, seit ich den hier habe. Aber bis jetzt blutet er nicht. Es sind aber auch noch nicht hunderte Köpfe. Also der könnte irgendwann noch anfangen. Auf der anderen Seite muss ich dazu auf jeden Fall sagen, hochtemperaturgebrannter Ton wurde mir von einer Töpfermeisterin erzählt. Je heißer die Temperatur ist, umso mehr verdichtet man den Ton. Das sieht man auf der einen Seite bei der Tonqualität an sich. Das ist wirklich sehr, sehr feiner Ton. Wenn der auf der anderen Seite dann wirklich hochtemperaturgebrannt wurde und wirklich so viel verdichtet wurde, wurde mir von dieser Töpfermeisterin gesagt, können Köpfe eigentlich nicht bluten, sind dann sogar Spülmaschinen fest. Ich will damit nicht sagen, dass genau der Kopf niemals bluten wird. Ich sage nur, bis jetzt blutet er nicht und ich könnte mir vorstellen, dass er nicht blutet. In die Spülmaschine würde ich ihn jetzt übrigens auch nicht packen. Wurde mir aber von der Töpfermeisterin gesagt, wenn man Köpfe über 1200, 1300 Grad brennt, was deutlich teurer ist und deutlich aufwendiger ist, weil der Töpferofen ist teurer, du brauchst viel, viel mehr Strom, es dauert viel länger, ist einfach all in all deutlich teurer, sowas herzustellen, als einen Kopf, den du bei 7, 8, 900 Grad brennst und soll eben den Ton so weit verdichten, dass das Ding praktisch wasserdicht ist, also kein Blut oder keine Molasse in den Kopf kommt und dann außen wieder raus, das heißt, kann nicht bluten und auf der anderen Seite könntest du ihn sogar in der Spülmaschine waschen. Ob das der Fall ist, werde ich auf jeden Fall nicht testen, obwohl vielleicht werde ich es auch mal testen, ich weiß es nicht. Jedenfalls die Hitzeeigenschaften von dem Kopf sind wirklich hervorragend. Er ist vom Material her gar nicht mal so schwer, das habt ihr ja eben schon im Kopfbau gesehen. Und es ist gar nicht mal so viel Material, aber wie dieser Ton die Hitze aufnimmt und an den Tabak weitergibt, wenn ihr den dann richtig bauen könnt, ist einfach unglaublich nice. Und obwohl die mir optisch nicht so krass zusagen, habe ich den unglaublich gerne und unglaublich oft geraucht. Ich finde sogar, er kommt unglaublich nah an einen Stone und vielleicht sogar ein bisschen Richtung Mason ran, obwohl die Köpfe weit über 80 Euro kosten. Und das ist, denke ich mal, schon ein sehr, sehr großes Lob für so einen Kopf. Ob euch die Colorways gefallen, das müsst ihr selbst wissen. Ob ihr mit dem Kopfbau klarkommt, das müsst ihr sehen, wenn ihr einen habt. Aber ich denke, wenn ihr das halbwegs so macht, wie ich das eben gezeigt habe, wird das auch bei euch ganz gut funktionieren. Bei mir funktioniert es auf jeden Fall so hervorragend. Zwischendrin zeige ich euch nochmal kurz die Rauchentwicklung. Denkt dran, das hängt von vielen Faktoren ab. Welchen Tabak habt ihr genommen, wie viel Hitze gebt ihr dem, raucht ihr auf Overpack, Noppenkontakt, Abstandsetup. Das ist nicht eins zu eins reproduzierbar, aber ich weiß, dass es viele sehen wollen und deswegen zeige ich euch das einfach nochmal zwischendrin. Zwischendrin noch kurz ein paar Worte zu meinem Setup, weil ich mir sicher bin, dass sich manche Leute fragen werden, so ey Marvin, was ist das hier, was ist das für eine Pfeife? Das ist die Hardwood Hooker Beast, die ist im Consti, aber die hat er im Studio stehen lassen, deswegen kann ich die jetzt auch ab und zu mal rauchen. Das Ganze auf der neuen Exclusive Bowl von X Hooker, gefertigt von Cesar Design bei X Hooker. Oben drauf natürlich der Wandenberg V1, auf dem sitzt der Lotus 1+. Übrigens habe ich das Ganze auch mal probiert mit dem Sit Clouds, fand ich allerdings nicht so geil wie mit dem Callout 1+. Tabakverbrauch finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ich habe ihn meistens so zwischen 16 und 20, meistens eher so um die 18 Gramm rum gebaut, was für mich optimal ist, um drei Kohlen anzumachen, mit drei anrauchen, mit zwei weiter rauchen, eine wieder nachlegen und der Tabak wurde fast vollständig verbrannt. Es ist noch ein kleines bisschen über, was aber gut ist, weil am Ende der Kohle noch genug Tabak da ist, sodass er bis zum Ende hin auch gut funktioniert. Ist mir deutlich lieber, als den ganzen Tabak dann schon verbraucht zu haben und dann ist nach 70 Minuten oder sowas Ende. Den konnte ich immer so gut 90 Minuten Pi mal Daumen rauchen. Leute, all in all, der Wandenberg Funnel, ich wollte ihn mir eigentlich erst nicht holen, dann ist der Consti mit vorbeigekommen. Ich habe mich verliebt, ich habe jetzt drei da, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Wenn euch das kurze Video zu dem Wandenberg V1 gefallen hat, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.